Herzlich Willkommen zur Mutters Behausung im Roten Wald. Ja, Mutter will spielen. Mal schauen, ob wir denn spielwillige Leute finden können. Sind die Generatoren hier natürlich ganz blöd. Was qualmt denn da? Das ist Feuer. Ah, wir haben ein Opfer. Wir haben ein Opfer, was sich gerade versteckt hat. Wo ist er? Da! Dwight, bleib stehen. Mama will doch nur spielen. Komm, Mama will spielen. Ah, komm, komm, komm. Komm, mach ruhig, mach ruhig. Sehe ich hier nicht mehr? Das war natürlich nicht ganz so clever. Ja, da bist du. Dwight, mein Süßer. Dwight, mein Süßer. Dich muss ich als erstes nehmen, weil du könntest den anderen ja was Gutes tun. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Ich gebe es zu. Nicht wiggeln, mein Hübscher. Du musst an den Haken. Ach, Dwight. Ganz ruhig. Was passiert dir denn? Ach, nein! Oh, du kannst aber auch nicht laufen, wenn da einer am Wiggeln ist, ehrlich. Was ist denn das für ein Mist hier? Ich hab doch mal irgendwo... Ja, komm, Dwight! Warum hab ich den nicht getroffen, oder was? Hallo? Hat der sich weggeduckt? Mann! Ich seh überhaupt nix! Mann, du Blödmann. Hallo? Da ist er hin. Was ist das für ein Idiot? Ha! Hab ich dich! Du böses Stück Fleisch! Jetzt muss ich dich trotzdem zu so einem dämlichen Haken bringen. Die sind alle so weit weg hier. Wenn ich der Killer bin, sind die immer so weit weg. Komm schon! Na, das ist nicht dein Ernst hier! Hallo? Dreh dich mal! Nein, da ist er. Dein Ernst jetzt? Jetzt hab ich den verloren, oder was? Ich sollte da doch nicht mit diesen Schnellen dahinter gehen. Dwighteline! Ich hab dich gefunden! Warum willst du denn nicht mit Mama spielen? So, machen wir erst mal die Palette hier weg. Und da ist denn Dwighteline! Du warst böse. Du kommst in den Keller. Du warst ein ganz unerzogener Dwight. Nein, 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 nein. Mama schafft es auch nicht. Nein, Mama schafft es nicht, meine Kinder aufzuhängen. So, dafür kriegst du jetzt einen Schlag extra. Wer ist denn hier rausgelaufen? Hallöchen! Ja, dich haben wir auch noch, William oder Bill oder wie auch immer. Dann kann dein anderer ihn jetzt holen. Dann wird es umso interessanter. Was du hart im Nehmen? Haha, ich hab dich aber noch getroffen! Haha! So! Ja, komm! Das ist schön, dass du alles genauso machst, wie ich denke. Ja, er hat hart im Nehmen. Okay. Bist du jetzt nicht ernsthaft gerade in den Schrank gegangen, oder? Ich höre nicht, zu welchem Generator ich gehen muss. Das ist das... Scheiße! Hallo! Machst du das doch mal! Habe ich den jetzt getroffen? Ich wollte den so schön metzeln gerade. Da bist du... Hallo, zwei! Hahaha! Scheiße! Der ist noch da durch. Der war gar nicht verletzt. Mama will doch nur spielen. Bleib doch einfach mal still. Dann spürst du, dass Mama nur spielen will. Wie doof ist der denn gelaufen hier? Der ist ja hochgelaufen. Das tue ich mir jetzt aber nicht an. Ich gehe... Pfff! Ich gehe jetzt zu dem Generator hin. Mach den nochmal kaputt. Wenn ich mit Mama spielen will, der darf auch nicht mit dem Generator spielen. Ich höre dich. Ich höre dich! Dweid, du kannst dich nicht von mir verstecken! Nein! Nein, Dweid! Ach, das ist dieser Dweid, der mich immer nervt! Habe ich ihn getroffen? Na, egal. Machen wir erst mal die Palette. Ach, der ist oben. Du bist oben. Du bist oben. Ich habe dich gehört. Ich sehe dich nur nicht. Das ist aber ein Mist hier. Kann ich eigentlich runterspringen? Ja, kann ich. Okay, sehr schön. Ah, ich habe dich gesehen. Bleib doch mal stehen. Komm. Komm zu Mama. Ja, da bin ich! Genau! Oh, scheiße. Jetzt wollte ich mal ganz clever sein. Das war wohl nichts. Ich weiß, dass du willst, dass ich hinter dir herjage, damit die anderen den Generator machen können. Ah, ich habe dich auch noch erwischt. Mama hat ein Geschenk für dich. Und du hast das Geschenk dann Kind angenommen. Ja, wo ist denn der nicht so liebe Dwight, Hila? Ja! Da ist der Dwight. Ich sollte vielleicht vorher mal gucken, wo jetzt hier die Dinger sind. Das ist so ein ganz mieser Dwight, der immer wieder runterspringt. Bevor ich ihn aufhängen kann. So. Du hast mich genervt. Uh, Hallöchen! Das war aber ziemlich dumm. Ich war auch noch nicht fertig. Jetzt habe ich dich! Hahaha! Dwight, Dwight, Dwight. Der böse Junge. Oh, bis ich da bin, ist der wieder runtergewiegelt hier. Ja, lass mich doch mal in Ruhe geradeaus gehen. Oh, zack, zack. Du nervst mich nicht mehr. Der hat den schon runtergeholt? Nee, ich wollte gerade sagen. So, den machen wir schon mal kaputt. Danke für die Punkte, Leute. Ich weiß, ihr holt den jetzt wieder runter. Ich schon gar nicht mehr da. Er ist schon gar nicht mehr da. Och, er ist doch noch da. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Oh, hallo, Clodet. Dich habe ich ja heute noch gar nicht gesehen. Du kommst jetzt bestimmt von oben runtergesprungen, oder? Ja, du kommst von oben runtergesprungen. Das ist... Du willst nicht runterspringen. Dann ist alles okay. 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 Dann ist alles okay. Das ist schon wieder der hier oben. Ich weiß aber gar nicht mal, wie man hochkommt. Das ist natürlich doof, wenn ich nicht mal weiß, wie man hochkommt. Ach, Mist, 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 Mist. Du Blödmann. Jetzt bin ich... Ja, jetzt bin ich an dem vorbeigelaufen, glaube ich. Ja. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Nein, das war der da oben, ne? Fuck. Bist du jetzt hier... Ne, du bist ja runtergesprungen, oder? Jetzt will ich dich aber kriegen. Na, komm. Kommt, Leute, komm. Habe ich dich? Kann ich den jetzt zweimal kaputt machen? Kommt, Leute. Ich weiß, dass ihr es auch wollt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich verfolge jemanden und höre es nur und sehe es gar nicht. Oh. Das sind zwei Leute. Yes. Komm, lauf hinterher, lauf hinterher. Och, der will mir immer die Palette schenken. Das ist schön. Nein, wieso treffe ich den jetzt auf einmal nicht mehr? Ah, wo bist du hin? Wo bist du hin, mein kleiner Freund? Mama will doch nur spielen. Dich habe ich gesehen. Achso, gar nicht so zu schleichend weit. Dich habe ich schon gesehen. Yeah, 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 yeah. Oh, ich habe mich nicht schnell genug gedreht. Ja, mein Freund. Ach, du bist gar nicht... War der gar nicht angeschlagen? Stimmt. Danke. Das ist nett, dass du die Palette umwurrst. Ah, wir nehmen erst mal die Palette. Und dahin. Gehen wir. Dahin. Oh, gerade noch einer war und immer noch einer ist und ich nichts mehr sehe. Hilfe. Ja, bleib stehen. Mama will nur spielen. Ja, so geht's auch, ne, mein Freund? Ich weiß nicht, was du vorhattest, aber das war ziemlich dumm. Dafür kommst du an den Haken. Ja. Wer die Mama ärgert, der wird an den Haken gehangen. Das gilt auch für dich, mein Freund. Ja, ja. Nein, nein. Ich habe keinen Haken mehr. Uh, nein. Sag mal, Leute. Das ist aber auch so lahmarschig, wenn du einen Survivor bei dir auf der Schulter hast. Kannst du dich überhaupt nicht mehr bewegen, ehrlich. Ja, ich weiß, ich weiß. Nehmen wir mal die Palette diesmal. Ja, denkst du, dass ich dich nie gesehen habe? Habe ich dich verarscht? Ja, habe ich das. Habe ich das. Dafür kommst du an den Haken und ich will, dass du an den Haken kommst. Nein. Oh, ist das anstrengend, so dagegen zu halten hier. So, einmal die Eier weg und dann geht's weiter. Oh, Claudettchen. Ja, ich habe dich gesehen. Ja. Ich kann nicht so gut steuern, aber ich habe dich gesehen. Nein. Ah, scheiße. Nein. Nein. Nochmal lässt die Mama sich nicht austricksen. Das ist doch scheiße. Ja, wenigstens habe ich dich mal erwischt. Na komm. Komm. Ich weiß, dass die die Generatoren machen wollen. Trotzdem hole ich dich. Habe ich die jetzt noch erwischt? Nee. Boah, ist doch nicht wahr jetzt. Habe ich dich endlich. Du feige Sau. Wo bist denn du? Ich habe dich doch zweimal erwischt. Da bist du. Meine ich doch. Ist denn jetzt endlich mal einer gestorben? Das ist schön. Also es tut mir leid, weil ich bin ja lieber Survivor als Killer. So. Mal gucken. Mal gucken. Haben sie sich hier extra versteckt? Haben sie sich denn in der Killer-Hütte versteckt? Habe ich das gerade richtig gesehen? Da hast du dich versteckt. War da? Ja. Komm, mein Schnuckelchen. Mama möchte spielen. Spielen. Hallöchen. Ja, ich weiß, dass ihr die Tür geöffnet habt. Das ist mir auch egal. Versteck dich nicht weit. Du kommst jetzt an meinen Lieblingshaken. So. Du kommst an meinen Lieblingshaken. Und die sind schon alle raus? Nein, noch nicht alle. Okay. Wo ist denn der andere? Der hat sich doch bestimmt irgendwo hier versteckt oder so. Er läuft jetzt gleich raus. Das habe ich im Urin. Oder er geht zum anderen Ausgang. Das kann natürlich auch sein. Ach, er ist schon raus. Okay. Das hat wieder Spaß gemacht. Also, ich muss sagen, unser Gespenst macht mir doch richtig Spaß. Also, heute zumindest. Oh, guti, 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 guti. Das hat auch super Punkte gebracht für mich. Also, wenn ich bedenke, dass ich bei den letzten Malen immer so 8000 hatte mit dem Killer. Habe ich das denn wenigstens noch geschafft? Oh, nein. Jetzt sagt nicht. Ich habe jetzt schon wieder die Daily nicht geschafft. Ach, das... Was muss man denn dafür machen? Triff als Gespenst vier Überlebende im Zustand... Achso, vier... Ne, vier. Ist ja klar. Im Zustand nach dem erneuten Erscheinen. Was muss ich denn dafür machen? Wenn einer von euch das weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Sonst werde ich diese Daily wohl nie schaffen.